Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Ermterin des Zorns anzunehmen bei General Draven in Revendreth an dieser Position. Forquest war Einladung für die Steinhauerin. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder vorige Quest? Schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Quest 2 am Stück zeige. Hier bei dieser Quest habe ich festgestellt, dass diese Mobs an der Seite nicht ändern, wenn man vorsichtig durch die Mitte läuft. Vielleicht war es auch nur Zufall. Das sieht so aus, also anscheinend kann man das nicht umgehen. Und es war letztes Mal wirklich nur Zufall. Aber ich habe die Chance es noch zu testen, denn es war nicht der letzte Mob, der hier an der Seite steht. Ja, die kann man nicht anklicken. Also, ich glaube, versuche mittig durchzulaufen. Okay. Vielleicht lässt es sich auch nicht vermeiden, aber dann frage ich mich, wie ich es letztes Mal geschafft habe. Egal, sollte nicht da zu lange dauern. So, der Fried auch. Hier folgt jetzt ein Kampf gegen eine Elite Mob. Deshalb werde ich gleich mal flaschen. Dann noch Wettsteine. Und ich empfehle euch nicht komplett all eure Cooldowns auf den Mob gleich am Anfang zu hauen. Denn es ist ziemlich sinnvoll, die Aqua diesem Generaldreven zu überlassen. Der Mob macht zum Teil ziemlich viel Schaden. Aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Also, wie gesagt, war nur ein Tipp. Ihr wisst, erste Klaue. Sindal, die greife ich mal an. Jetzt greift auch der General an und ich lasse ihn mal antanken. Hau ganz normal drauf. Steinhaut hätte ich jetzt unterbrechen können. Habe es übersehen. Nicht so wichtig. Und jetzt kann ich so langsam meine Cooldowns benutzen. Ich glaube, jetzt hat er die Agro. Nein, jetzt habe ich die Agro kurz gehabt. Aber sie ist schon besiegt und flieht. Und ihr habt gesehen, sie hat mich nur ein bisschen gehauen und hat mich gut nach unten gehauen. Jetzt darf man wieder aufmauten. Beziehungsweise hätte man auch davor gedacht. Egal. Diese Mob sehen gefährlich aus. Ich bin schon einige Male hier außen rumgeritten. Aber habt dann festgestellt, wenn ihr sie nicht angreift, greifen sie normalerweise auch euch nicht an. Ihr könnt also normal durchreiten. So. An dieser Position ist diese Steinhauerin. Steinhauerin. Und jetzt heißt es, sprecht mit Vince Renatal. Ja, also zurücklaufen. Steinmutter. Ich diene Ravengreth. Zur Zeit hat nur der dunkle Prinz einen Plan. Mit der Hilfe dieses Schlundgängers könnten wir die blinde Loyalität auslösen. Ja, der bleibt aber vor sich hin. Und jetzt seht ihr, die Mobs sind wieder da. Aber sie greifen nicht an. Ah, so habe ich es geschafft. Genau. Ich bin zurückgelaufen und dann ist nichts mehr geredet. Vielleicht, weil ich auch mit dieser Steinhauerin ein Bündnis eingegangen bin oder so. Hmm. Okay, laufe ich denselben Weg zurück. Ich wage es noch einmal. Der ist mir jetzt nicht so bekannt wie der Wandweh, aber hier links halten, glaube ich. Den Mobs ausweichen. Genau. Kann auch was ändern. Ich laufe einfach weiter. Ja, der sieht gut aus. Ich habe es geschafft. Aufzug ist oben. War ja klar. Muss ich halt auf ihn warten. Hilft ja nix. So. Und auf geht's zum Prinzen. Einfach hier diesen Weg entlang und rechts halten. Da ist er auch schon. Quest ist abzugeben bei Prinz Renatal. In Revendred. An dieser Position. Aber keins, dem wir uns kampflos ergeben. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Eizocke. Ende.